Hey Leute, Jasper hier. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Es soll mal darum gehen, wie Frauen von den typischen, ich nenne es jetzt mal Frauenzeitschriften, regelrecht verarscht werden. Und ich finde das ganz, ganz absurd und Leute, die mich schon länger kennen, wissen vielleicht sogar, ich habe es hier und da schon mal erwähnt, dass das tatsächlich einer der Gründe war, warum ich damals das Buch Hungerstoffwechsel raus aus der Abnehmfalle geschrieben habe, warum ich heute mein Coaching anbiete, warum ich all das mache, was ich heute jetzt so mache. Denn ich habe damals Ernährungsberatung studiert, ich war sehr Fitness-Fanat, habe Kraftsport gemacht, wollte Muskeln aufbauen, war eigentlich so in einer anderen Richtung und habe dann mein Studium gemacht, das war ein duales Fernstudium, ist lange her, vor zehn Jahren. Und da habe ich in einem Ausbildungstrieb also fast Vollzeit gearbeitet, ich glaube es waren 35 Stunden oder so und habe nebenbei halt studiert und musste alle paar Monate zur Uni und halt Prüfungen machen, Vorlesungen haben und so weiter. Und in diesem Ausbildungsbetrieb, ja da waren halt primär, ich sage jetzt mal, ja Frauen Mitte 20 bis 60. Ein paar Männer auch, aber primär Frauen. Und die wollten abnehmen und ich habe dort eben Ernährungsberatung gemacht und fand es sehr schön, dass ich da freie Hand hatte, die Leute zu beraten, wie ich wollte. Und die Leute haben dann, ja sind so ein bisschen Fahrrad gefahren oder Co und ich habe sie nebenbei beraten. Und da lagen dann immer auch diese Zeitschriften, denn man hat natürlich nicht immer mit jedem die ganze Zeit geredet und wenn die Leute einfach ein bisschen dabei lesen wollten oder so, haben sie halt dabei gelesen. Und da lagen diese ganzen Zeitschriften, ich nenne sie jetzt nicht namentlich, aber ich glaube es ist bekannt, welche ich so meine, die sind ja alle relativ ähnlich aufgebaut. Und da habe ich das erste Mal richtig Kontakt mit den Inhalten gehabt. Ja, ich habe mich ja selbst dafür nicht interessiert. Und habe da so durchgeblättert und dachte, wie absurd ist das eigentlich? Und das hat mich emotional, ich kann es gar nicht genau beschreiben, es ist nicht eingefühlt, es hat mich irgendwie frustriert, es hat mich aber auch sauer gemacht, aber irgendwie auch machtlos fühlen lassen. Ja, es war so eine Mischung, so eine Mischung der Gefühle. Das hat mich total wütend gemacht, weil die Leute das ja gelesen und geglaubt haben, was da drin steht. Ich habe irgendwann bitterlich feststellen müssen, dass ich mehr Zeit damit verbringe, Mythen aus den Köpfen wieder rauszukriegen, als das wirklich wichtige Wissen reinzukriegen. Ich hatte das gerade bei mir, eine neue Coaching-Teilnehmerin hat gesagt, ja, und ich habe noch das und das gehört und das und das gehört. Da habe ich auch gelacht und meinte so, was hört ihr denn alle? Ja, versucht mal die Scheuklappen aufzusetzen. Macht das, was ich euch sage, schaut rechts und links im Coaching, alle Teilnehmer haben geiler Erfolge, macht das bitte einfach. Ich habe extra versucht, das ganze Coaching-Programm einfach zu halten, dass man nicht zu viele Infos sich angucken muss. Es geht doch darum, dass ihr am Ende Erfolg habt und nicht darum, dass ihr alle Ernährungsberater werdet und erst 20 Bücher lesen müsst, bevor ihr den ersten Schritt Richtung Abnehmen machen könnt. Bei mir im Coaching soll man von Tag 1 an die richtigen Schritte machen und nicht erst alles lernen müssen. Natürlich beantworte ich gerne alle Fragen zu Mythen und natürlich erkläre ich gerne, warum die Sachen sind, wie sie sind und schweife da auch gerne mal aus. Dafür haben wir ja die Live-Coachings und alles. Die Leute, die mir hier zuhören, wissen ja, wer Interesse hat, einfach auf carvencoaching.de gehen. Man findet den Link auch in der Podcast-Beschreibung hier oder bei mir bei Instagram im Profil ist der Link zum Beispiel auch. carvencoaching.de Einfach für ein kostenloses Beratungsgespräch bewerben und dann können wir auch dich gerne mal beraten, wenn du dazu Fragen hast oder ein paar Mythen im Kopf hast, die du gerne mal geklärt haben möchtest. Und dann beantworte ich das natürlich immer alles gerne, aber es ist echt, ich verbringe manchmal mehr Zeit damit, diese Mythen zu klären, als das wirklich wichtige Wissen weiterzugeben. Und ich verstehe auch, warum. Denn wenn man sich irgendwo im Fernsehen, im Internet, in den Zeitschriften umguckt, dann wird immer das Gleiche erzählt. Ist möglichst wenig. Und dazu riesige Versprechen. Fünf Pfund in fünf Tagen. Ananas-Diät, Saftfasten, Erdbeer-Diät, Kohlsuppen-Diät, frisst die Hälfte. Es ist doch immer das Gleiche. Hunger dich runter für eine Woche und mehr wird nicht gesagt. Was ist das Ergebnis? Ja, länger als eine Woche hält man das auch gar nicht durch. Man ist super schlecht gelaunt. Man hat 0,0 Energie. Nimmt tatsächlich auch einiges auf der Waage ab. Nur um nach den fünf Tagen festzustellen, dass man alles wieder zunimmt. Meistens sogar ein bisschen mehr als vorher. Völliger Schwachsinn. Ja, völliger Schwachsinn. Und jetzt mal ganz ernsthaft. Wenn diese Diäten funktionieren würden, warum gibt es dann jede Woche eine neue Diät? Diese Zeitschriften bringen ja wirklich jede Woche eine neue Zeitschrift raus. Und jede Woche steht da eine neue Diät drin. Wenn es eine Methode von denen gäbe, die wirklich nachhaltig funktioniert, dann müssten sie sich doch nicht jede Woche eine neue ausdenken. Das ist reines Marketing. Die haschen damit zu sagen, hey, du kriegst ganz, ganz schnelle Ergebnisse. Ganz, ganz schnell, ganz, ganz schnell, ohne Aufwand. Du darfst essen, was du willst. So viel anders, wie du willst. Ja, aber trotzdem. Es gab wirklich, ich erinnere mich an Diäten wie die Erdbeer-Diät, wo eins zu eins drin stand, Nudeln mit Erdbeeren, Eierkuchen. Ich glaube, das waren so Rezepte. Morgens Eierkuchen mit Erdbeeren, Mittags Nudeln mit Erdbeeren und so. Also alles immer mit Erdbeeren. Warum auch immer. Wahrscheinlich hat wieder irgendeine Studie irgendein Enzym gefunden und da haben sie es irgendwie aus dem Kontext gerissen und behauptet, man nimmt dadurch ab. Und irgendwo klein stand aber, man darf nicht mehr als 500 Kalorien am Tag essen. Wo ich mir dachte, ja, da bringt es auch nichts, dass ich Nudeln, Pancakes oder Erdbeeren essen darf, wenn ich nicht mehr als 500 Kalorien esse. Da kriege ich niemals genug Eiweiß und werde auf jeden Fall Muskulatur verlieren. Ich kriege niemals genug Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe. Also ich werde mich leichter erkälten, weniger Energie haben, schwächer sein und ich kriege auch viel zu wenig Kalorien, sodass der Stoffwechsel runterfährt und ich mich energielos, schlapp fühle, wenig Bewegung habe, keinen Sport machen kann, nicht ordentlich arbeiten kann und Co. Was ist das für eine Methode? Hat mich wirklich wütend gemacht so. Und wenn man mal in die Zeitschriften reinguckt, ist das ja noch gar nicht das Ende der Fahnenstange. Die sind ja weiter so absurd aufgebaut, weil die Zeitschrift ist dann so, diese Crash-Diät, dann kommt danach ein Kuchenrezept, und danach kommt dann so ein Abschnitt Liebe dich selbst, so wie du bist. Wo ich auch immer denke, also lest ihr auch selbst mal die ganzen Zeitschriften oder macht jede Abteilung nur ein Kapitel und weiß gar nicht, was in dem Rest steht? Das passt doch alles nicht zusammen. Soll ich jetzt 500 Kalorien mit Erdbeer-Diät essen oder einen Rhabarberkuchen machen? Was denn jetzt? Und muss ich jetzt unbedingt abnehmen, weil Promi XYZ hat da auch ein bisschen Cellulite und ei, ei, ei. Da muss jetzt aber Paparazzi hinterher sein und das müssen wir jetzt hier dick abdrucken und sagen, mach eine schnelle Diät, wie die Promis das jetzt auch machen, oder soll ich mich selbst lieben? Also die widersprechen sich ja sogar im Endeffekt selbst. Und was ich hier noch dazu sagen muss ist, das ist bei den Männerzeitschriften nicht besser. Nicht, dass jetzt hier die Männer lachen so, die Frauen lassen sich da einlullen. Das ist das Gleiche in Grün. Bei den Männern sind es nur andere Zeitschriften. Die heißen anders, sind anders. Aber es ist genau die gleiche Herangehensweise. Da steht halt nicht 5 Pfund in 5 Tagen abnehmen und die Hollywood-Diät. Nee, da steht halt drauf, das Monster-Arm-Workout und Killer-Six-Pack in 4 Wochen und wie auch immer die Schlagzeilen sind in den Fitness-Magazinen. Aber ich weiß gar nicht, ob es davon noch so viele gibt. Ich habe das Gefühl, die Kraftsportzeitungen haben es irgendwann alle nicht mehr geschafft zu überleben. Die haben sich nicht mehr genug verkauft. Aber die ganzen Zeitschriften sind ja nicht besser. Ja, die sagen halt nur statt Verlier deinen Bauchfett, mach die Hollywood-Diät oder sonstige Crash-Diät sagen die halt, ja, du kriegst ein Killer-Six-Pack oder die muskulösen Arme, in die sich jede Frau verliebt oder so. Der Titel ist ein bisschen anders, aber die Herangehensweise ist die gleiche. Und das hat mich damals richtig, richtig wütend gemacht, weil ich dachte, ich dachte so ein bisschen, ich lerne im Studium einfach, wie es funktioniert. Ich erzähle jedem, wie es funktioniert. Alle nehmen ab. Alle sind glücklich. Und dann habe ich halt festgestellt, nee, ich bin die meiste Zeit damit beschäftigt, diese Mythen aus dem Kopf zu kriegen. Und das Problem ist ja auch, dass Leute ganz falsche Vorstellungen von guten Ergebnissen haben. Ich habe Leute bei mir im Coaching, die nehmen ein halbes Kilo die Woche ab. Richtig, richtig gut. Und sind unzufrieden, weil sie sagen, ja, aber es ist ja kein Kilo die Woche. Wo ich sage, hey, ein halbes Kilo die Woche ist immer noch richtig, richtig gut. Ja, wenn wir das mal hochrechnen, sind das super Ergebnisse. Und ob du jetzt am Ende 10 oder 15 Wochen brauchst, bis du beim Ziel bist, ist doch egal. Hauptsache, du hältst es langfristig. Hauptsache, dir geht es gut. Dein Stoffwechsel fährt nicht runter. Der Körper hat alle Nährstoffe, die er braucht. Und vor allem, du hast keinen Jojo-Effekt, sondern hältst es. Ob du dann zwei Wochen mehr oder weniger brauchst, ist doch wurscht. 500 Gramm die Woche ist ein super Schnitt. Ja, natürlich haben wir auch Leute, die ein Kilo schaffen. Aber nicht jeder kann sich mit jedem vergleichen. Jeder hat auch andere Ausgangslagen. Ja. Unterschiedliches Alter. Männer haben oft mehr Muskeln als Frauen. Unterschiedliche Stoffwechsellage. Manche haben eine Schilddrüsenunterfunktion. Und so weiter. Also, das schürt ja auch so absurde Erwartungen. Zum einen an den Körper selbst. Wie schlank man sein muss. Wie man auszusehen hat. Wovor man sich zu schämen hat. Was verwerflich ist. Da wird mit dem Selbstwert, dem Selbstbild der Leute gespielt, was wirklich ekelhaft ist. Da wird einem ein schlechtes Gewissen eingeredet. Und eingeredet, dass man ein schlechterer Mensch ist. Was absolut nicht stimmt. Und die normalsten Sachen, die jeder Mensch hat, werden zu etwas, wie sagt man ja, zu etwas, wo man sich schämen muss, deklariert irgendwie. Absolut negativ in meinen Augen, was da gemacht wird. Und es werden natürlich auch falsche Erwartungen daran geschürt, wie schnell man abnehmen sollte. Weil jetzt heißt es auf einmal, wie ich habe keine 5 Pfund in 5 Tagen abgenommen. Ja, das funktioniert hier nicht ordentlich. Ja, aber 5 Pfund in 5 Tagen wirst du nie langfristig halten können. Wenn du das machen willst, mach es, aber nicht mit mir. Ich lehne so Leute ab. Ich lehne Leute, die solche Ergebnisse wollen oder die sagen, Jasper, ich will mit irgendeiner Radikalmethode in den nächsten 4 Wochen 15 Kilo abnehmen. Die lehne ich ab. Mach das irgendwo, aber nicht mit mir. Ich möchte nur Leute haben, die verstanden haben, dass man nur langfristig glücklich wird, wenn man eine Methode macht, mit der man sich wohl fühlt, mit der man zufrieden ist, weil man sich satt essen kann, weil man alle wichtigen Nährstoffe bekommt, weil man ein gutes Alltagsleben hat, weil man auch mal im Restaurant essen kann, mal mit Freunden essen kann und Co. Und nicht komplett eingeschränkt ist und auf komplett Kohlenhydrate verzichten muss, nie wieder das essen darf oder Co. Leute, die verstanden haben, wenn ich langfristig Erfolg haben will, dann muss ich eine Methode auch langfristig machen. Und ich kann die nur langfristig machen, wenn ich nicht auf dem Zahnfleisch grauche, sondern es Spaß macht und in den Alltag reinpasst. Mit solchen Leuten arbeite ich sehr gern, denen zeige ich gern, wie es funktioniert. Wenn du wissen willst, wie es funktioniert, geh einfach auf carvencoaching.de, trag dich für ein kostenloses Beratungsgespräch ein, dann verraten wir es dir gern. Dann kannst du dich danach immer noch entscheiden, ob du es alleine machen willst oder mit uns als Coaches an deiner Seite. Das steht dir frei. Aber lass dich da gern einfach mal beraten, wie unsere Methode ist. Aber alles, was so dieses Crash-Diät mäßig ist, habe ich keinen Bock drauf. Habe ich einfach keinen Bock drauf. Das ist so frustrierend. Und glaubt mir, das ist doch für euch genauso frustrierend. Das ist diese ganzen Transformationsbilder, die dann auf Social Media überall gepostet werden. Ich kenne so viele Leute, ich kenne Bodybuilder, die haben ein Minimum an Körperfett gehabt, nur um einen Monat später 10, 20, 30 Kilo wieder mehr zu wiegen. Was bringt es, wenn man diese perfekten Fotos hat, die irgendwie so eine Momentaufnahme sind und keine vier Wochen später ist man komplett in alte Muster geraten. Ja, also wollte ich mal so ein bisschen erzählen, wie mich das damals mit den Zeitschriften, wie mir das begegnet ist. Und das war der ganz große Impuls, weshalb ich damals das Buch geschrieben habe, Hungerstoffwechsel raus aus der Abnehmfalle. Weil ich das Gefühl hatte, ich muss mal einen Gegenpol bilden. Ich muss mal erklären, was man sich eigentlich damit antut, stoffwechseltechnisch, wenn man solche Hungerkuren macht. Was passiert da im Stoffwechsel? Warum schadet man sich damit so sehr? Ja, und das Feedback war ja grandios vom Buch, nur dass dann halt ich einfach gemerkt habe, okay, wenn ich mir mal angucke, welche Auflagen diese typischen Frauenzeitschriften haben und wie viele Bücher ich vertreibe, da wird es schwierig, dass ich genug Menschen erreiche mit den Informationen. Und dann habe ich mich halt dazu entschieden, gesagt, gut, dann verschenke ich das Buch. Hauptsache die Leute kommen an die Infos ran. Mir ist das Wichtigste, dass diese Infos möglichst viele Menschen erreichen. Deswegen mache ich ja auch den Podcast hier. Ich mache YouTube-Videos. Ich habe das kostenlose Buch gemacht. Ich habe kostenlos auf Events gesprochen. Also ich habe einfach versucht, ganz, ganz viel diese Infos nach außen zu bringen. Und keine Frage, natürlich am Ende des Tages will ich auch meine Miete bezahlen. Und ja, Ernährungsberater sein ist tatsächlich seit zehn Jahren mein Hauptberuf. Das ist nicht irgendwie nur mein Hobby. Ja, ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht, aber natürlich will ich damit Geld verdienen. Ich finde aber den Ansatz sehr fair und sehr cool zu sagen, ich haue einfach kostenlos was raus. Zum Beispiel auch das Buch ist ein perfektes Beispiel. Jeder kann das Buch kostenlos haben. Das heißt, jeder kann die Infos kostenlos haben. Das heißt, für jeden ist das ein super cooler Deal. Und für mich ist einfach der Vorteil, dass ganz viele Menschen auf mich aufmerksam werden. Und natürlich gibt es immer Menschen, die sagen, cool, ich hätte gerne noch dein Rezeptbuch dazu. Und das kaufe ich mir zum Vollpreis. Oder, hey, ich verstehe die Methode und ich finde die super und die macht Sinn, aber ich habe eine ganz spezielle Situation. Aufgrund von Familie, meinem Job, einer Krankheit oder was auch immer. Oder ich weiß einfach nicht genau, wie ich es bei mir umsetzen soll. Ich finde nicht so richtig den Anfang. Ich verstehe die Methode, aber ich weiß nicht, wie ich es in meinen Alltag integriere oder so. Und das sind dann die Leute, die halt sagen, hey, ich finde super, wie deine Herangehensweise ist und ich habe auch keine Lust mehr auf irgendwelche Hungerkuren, wo ich mich schrecklich fühle und am Ende doch nicht langfristig Erfolg habe. Ich komme zu dir ins Coaching. Ich möchte, dass du mich an die Hand nimmst und mit der Methode dahin bringst, wo ich hin möchte. Dass ich mich dabei immer gut fühle und mein Ziel langfristig halte. Und das heißt, ich finde das einen super fairen Deal, zu sagen, jeder, der einfach kostenlos die Infos will, kriegt sie kostenlos. Aber jeder, der natürlich danach noch irgendwas bei mir kaufen will, kann das natürlich machen. Und wenn viele Menschen auf mich aufmerksam werden, ja, dann haben wir natürlich am Ende auch viele Kunden. Ich finde das schön. Das macht, glaube ich, für beide Seiten Sinn und ist sehr, sehr fair. Und darum machen wir das ja zum Beispiel auch mit den Beratungsgesprächen genauso, dass wir sagen, wir bieten kostenlose Beratungsgespräche an. Da erklären wir unsere Methode. Da erklären wir, wie wir in deiner individuellen Situation vorgehen würden. Und am Ende kannst du dich entscheiden, willst du das mit uns machen oder nicht? Ich versuche da immer, insofern transparent zu sein. Ja, aber genug gemeckert über die Zeitschriften und Co. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich all das gemacht habe, was ich gemacht habe, weil ich glaube, dass wir einen ganz, ganz wichtigen Impact geleistet haben. Ich muss immer dazu sagen, das bin ja nicht nur ich. Also wir haben ja viel, viel mehr Leute im Team und die mich da unterstützen. Ich kann ja auch gar nicht alles selbst. Ich kann keine Webseiten programmieren, ich kann nicht designen und so weiter. Also natürlich habe ich da ganz viel Unterstützung im Team. Aber ja, es ist einfach gigantisch zu sehen, welchen Impact wir mit dem Buch dann hatten. Gerade das Hungerstoffwechselbuch haben wir über eine Million Mal vertrieben, was natürlich eine unglaubliche Zahl ist. Wenn wir da einfach sehen, jeder große Verlag in Deutschland hat mich schon angefragt, ob ich nicht über sie das Buch rausbringen will. Ich habe immer Nein gesagt, weil ich alles gerne im Eigenverlag mache. Wir machen also alles selbst in unserem Team, weil ich mir nicht reinreden lassen will, wie ich was zu schreiben habe und wo ich noch ein Kapitel über das und das verkauft sich besser, wenn wir das so nennen, den Titel und so. Ich möchte mir da nicht reinreden lassen. Ich möchte die Infos rausgeben, die ich für wichtig halte und deswegen wollte ich immer alles selbst machen. Und ich glaube aber, mit den Zahlen, da würde sich jeder große Verlag drüber freuen. Da ist man quasi durchgehend Spiegel Bestseller. Ja, und insofern habe ich zwar die Spiegel Bestseller Badge nicht, weil ich es nicht darüber gemacht habe, aber darum ging es mir auch nicht. Mir ging es einfach darum, möglichst viele Menschen zu erreichen und einen Gegenpol zu bilden zu dieser Auflage an Frauenzeitschriften, die es gibt. Ich bin mega happy, dass ich das geschafft habe und über den ganzen Zuspruch, den ihr mir jetzt gebt, auf Instagram, per E-Mail, per Facebook und Co. Ich komme immer gar nicht hinterher, alle Nachrichten zu beantworten. Also verzeiht es mir, wenn ich nicht auf jede Nachricht direkt antworten kann. Dann ist es einfach zu viel geworden. Aber ich lese ganz, ganz viel und bin super, super dankbar, wenn euch das was hilft, was ich hier kostenlos im Podcast und Co. erzähle. Ja, insofern lasst euch nicht von den Zeitschriften belullen. Lasst euch auf keinen Fall erzählen, dass ihr irgendwas müsst, weniger wert oder sonstiges. Lasst euch nicht erzählen, dass ihr jede Woche irgendeine neue Diät probieren sollt, sondern wenn ihr abnehmen wollt, ist das vollkommen fein. Gesundheitlich ist das Übergewicht natürlich ein Riesenproblem. Optisch darf das auch jeder selbst entscheiden. Und im Alltag macht es ja oft einfach auch Beschwerden. Also es ist vollkommen fein, wenn ihr abnehmen wollt, aber dann nehmt bitte eine Methode, die langfristig ist, wo ihr genug Eiweiß bekommt, genug Vitamine, wo ihr euch satt essen dürft, im Alltag mitessen dürft und das vor allem dauerhaft umsetzen könnt. Das ist, glaube ich, immer das Wichtige. Okay, aber bevor ich mich wiederhole, lasst uns diese Podcast-Folge beenden. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr mir hier bei Spotify folgt und dann hören wir uns im nächsten Podcast wieder. Bis dahin. Ciao.